Herzlich Willkommen zurück zu CD-Seiten. Nuke. 9-6 liegen wir hinten. Aber das ist gar nicht schlecht. Ich wurde degradiert. Ich muss wieder öfter spielen. Mehr gewinnen. Gernade! Gernade up! One-shot. Die Bombe wurde geblendet. Ich versuche die Bombe. Ich versuche die Bombe. Und jetzt Diffuse anstatt nachzuladen. Das ist doch nicht wahr! Wichtige Sekunden, das doofe Nachladen. Boy! Alter Schwede, ich zieh euch noch raus. Habt ihr die geilen Headshots gesehen mit dem Team-Kill-Headshot am Anfang? Schöne One-er dabei gewesen, Leute. Direkt-Action? Jackson? Okay, wir Jackson direkt. All-in. All-in. Ah, der Team-Kill war mies. Aber war ein schöner. Out-in. Ah, wir haben jetzt wieder's noch mal rausgekommen. Auf dem Spot. Ach, was ist das denn? So, 9-8, war das jetzt die zweite? Also die erste war die Piste, ah ja und dann haben wir die Rags gemacht, okay. Das ist jetzt die Drill-Runde, da ich ja sie gestorben bin, habe ich erst mal die Kohle verloren, wegen der M4. Und deswegen muss die ganze Runde hier ohne Kevlar funktionieren, die sparen sie ja hoffentlich auch nochmal. Habe ich nicht gesehen, auf der Kiste. 9-9, ich kann mir jetzt keine Waffe holen, denke ich. Ja doch, die 3-9er an 2-9er direkt, ja direkt without Mates. Wichtige Runde, die vierte, die kaufen alle, von daher müssen wir rein. Jetzt könnten sie Rampe kommen übrigens. Das war so fail, das gibt's gar nicht. Wie der eine aber auch dann vorbei gerannt ist. Oh, today I don't give a shit. Ich renne hier lang, ich mach das schon. Und... Well done, Vivi. Unten war der... Du hast ihn gesehen. Die Terroristen gewinnen! oh Gott, gönnen wir uns, gönnt ihr euch, habe ich 2,5, 1,4, ich kann mir nichts gönnen, Leute. Auf dem Silo. Oh Gott, gönnen wir uns. Grenade out. Grenade out. Grenade out. Grenade out. Grenade out. Unter-Terrorist-Win 10-10 Leute, wir sind im Renn Wir haben eine Ampe defensiv heute Ich darf einmal nachladen auf der Position Das ist nix, da kommt auch nix Das ist nix, da kommt auch nix Jetzt wird gewartet Die Nade hat aber gesessen Same old story Die Wolltest du nicht ruff'n gehen mit der Waffe nix Aber da muss die AE Die muss richtig lange auch haben Okay Der schluss Rampelauf Immerhin Ich bin nicht Angeschossen vor der dies gab Nein quatsch War schon richtig so Aber jetzt wird gekauft Let's go Let's go Throwing the grenade Flashback Throwing flashback Throwing flashback Deploying flashback Wann wieder aus dem scheiß Schacht nicht raus Ich hasse die Go-Lightern Wann wieder aus dem scheiß Schacht nicht raus Wann wieder aus dem scheiß Schacht nicht raus Ich hab die alles klar 12,11 die sind wieder im Rennen die sind wieder im Rennen für Quieren-Country-Menn für Quieren-Country-Menn für Quieren-Country-Menn Grediert die mit der AWP an der Rampe, aber ist eigentlich ganz gut. Jetzt hat er einen Fehler gemacht, aber vielleicht lernt er draus, lass sie kommen. Bombe liegt bei uns, eine Minute 13, zwei AWPs. Ihr habt eine Bombe auf eurer Seite, ey. Die Runde war verschenkt. Ich glaub nämlich nicht, dass du es schaffst. Ich würd die Bombe nehmen. Bleib an der Treppe, dass du ihn hörst, wenn er vorbei rennt. Er wird oben blenden. Nein, es schaffst nicht mehr. Es schaffst nicht mehr. Es schaffst nicht mehr. Wir müssen sparen, Leute. Jawoll, noch zwei Runden, dann haben wir es doch noch gepackt. Vielleicht krieg ich meinen Rang wieder, wenigstens den Doppelten, ey. Daher geht's. It's us, our men! Deploying Flashbang Grenade up! Fuck, ich hab die Ecke so geworfen, ey! Diese blöde Flash, ey! Nicht mal nach unten guck, hab geholfen! Damals war's, wenn ich aufm Boden gekrüft hab, dann war's nur ganz kurz geflasht Ich hab's extra runtergeguckt, anstatt mich umzudrehen Noch einer am Toxic Kleiner entrascht und Toxic, der letzte Oh, der Sieger hat ja ne starke Runde nicht Seht mal wer das wieder mit dem Noob sagt bei uns im Team Und dann... Wir kommen da erstmal drauf klar Der Bleed ist ja mit Abstand der schlechteste Spieler bei uns War noch nie Most Value Player 10,21 von den Stats her Aber Hauptsache Er sagt GG Noobs Ja, und das heißt so falsch Sind sogar alle besser als er Flasht Was ist der Terrorist-Voyen? So, den Sieg haben wir, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.